Wenn ganz kleine Dinge eine große Wirkung haben, wenn die richtige Verbindung Menschen zueinander bringt, wenn wir uns im entscheidenden Moment auf Fahrzeugelektronik verlassen können oder große Ideen ganz einfach funktionieren und hochkomplexe Technik das Wesentliche offenbart, weil nichts dem Zufall überlassen wurde, jede einzelne Komponente perfekt ist, kompromisslos geprüft, dann sind wir stolz darauf, mit unserer Innovationskraft einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet zu haben. Denn wir entwickeln und fertigen Kontaktstifte für perfekte Kontaktierungen in der Prüftechnik oder komplexe Prüfkarten für die Waferproduktion in der Halbleiterindustrie. Mit Kontaktelementen so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge kaum sehen kann. Und da kommt unsere über 50-jährige Erfahrung zum Tragen. Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten in der Entwicklung und Fertigung winziger Dinge. Mikrobohren, Laserschneiden, Schleifen, Montieren und Prüfen. Im Mikrobereich auch unter Reinraumbedingungen. Damit nichts die Perfektion filigraner Mechanik stört. Für zuverlässige Kontakte über viele 1000 Prüfzyklen. Wir machen das Unmögliche möglich. Entscheidend für unsere hohe Qualität ist vor allem, dass wir das nötige Know-how und die Experten für alle Herausforderungen haben. Angefangen bei der CNC-Bearbeitung winzigster Komponenten auf unseren hochpräzisen Maschinen, die Montage von individuellen, komplexen Teilen bis hin zur vollautomatischen Hochvolumenproduktion mit hundertprozentiger Qualitätskontrolle. Immer unter den strengen Blicken unserer Mitarbeiter. Die hausinterne SMD-Bestückung sowie die Laserbearbeitung sind bei uns genauso selbstverständlich wie das Testen hochkomplexer Prüfkarten unter realen Bedingungen. Alles unter einem Dach zu haben, macht uns aber auch extrem flexibel, um schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können, die in unserer Entwicklungsabteilung individuell erdacht und realisiert werden. Und dabei wissen wir stets, unsere Produkte prüfen auch die Qualität lebenswichtiger Komponenten. Und so gibt es für uns bei allen Arbeitsschritten von der Idee bis zur Qualitätssicherung keine Kompromisse. Perfektion, Präzision und zertifizierte Prozesse sind die Basis für den dauerhaften Erfolg unserer Kunden. Verantwortung übernehmen, auch für Mitarbeiter und die Umwelt. Dafür stehen wir als mittelständisches Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern nicht nur an unserem Stammsitz in Herrenberg bei Stuttgart, sondern auch weltweit. Wir sind da, wo unsere Kunden uns brauchen. Mit ausgeklügelter Logistik und guter Lieferbereitschaft, aber auch vor Ort. An sieben Standorten in allen wichtigen Wirtschaftszentren der Welt. Mit Ideen und über 10.000 verschiedenen Produkten. Für den Leiterplattentest in der Elektronikindustrie, den Kabelbaumtest in der Automobilindustrie, für die Elektromobilität, für die Hochfrequenztechnik und die Halbleiterindustrie oder ganz alltägliche Dinge. Auch für Ihre Herausforderung haben wir die Lösung. Feinmetall. In kleinen Dingen ganz groß.